... Ja, das ist so gut, das ist so gut, das ist so gut. Und da ist es nicht so schön, aber da war es nicht so schön. Andreas, du könntest hier lernen. Ich spiele heute. Ich mache mich nicht nur mal eine Stunde lang. Ich nehme mir nicht die Füße, aber meine Knochen sind so. Ich habe mich heute noch mal aus dem Bett gefühlt, habe mich eine Stunde warm gelegt. Jetzt wurde ich wieder hierher gefahren, um nochmal warm zu machen. Wir spielen heute. Ich habe mal gesagt, dass ich einen Brunnen kann. Wir haben einen Brunnen. Wir haben einen Brunnen. Noch mal wieder. Ach, eingefädelt, eingefädelt, eingefädelt. Der Kost ist ja schlau, du. Ist das los? 0-0, nochmal von vorne. Genau. Das ist los. Ich bin da. Wer braucht Pause? Oh. 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 Hier ist es 3,5 oder? 3,5 Jetzt kommt er wieder an seine kritische Stelle, bei 7,3 Moin reifer hier sogar 5,6 Sehr schön Ich schwinge jetzt mal wieder an Wer weiß, wenn eine sowieso keine Pünste abzieht Nein, auf gar nicht Tschüss! Jetzt weiter! Zwei!